Haben Sie das auch verstanden? Ja klar, logen Ich habe das Signal, mit dem die Proteaner den Stase-Modus aktiviert haben Ausgezeichnet, dann haben wir alles, um die Kapsel zu öffnen Gut, dann gehen wir wieder Kinder, das Ausflug vorbei Wir gehen nach Hause Ihre Verschlafung ist da Ach nö, Leute Geht mir doch nicht so auf die Nüsse, ey Habt ihr keine anderen Sorgen Und dann faul in der Gegend rumfliegen Ich glaube es ja nicht Oh, hey Ach, Kinders, ihr geht mir schon irgendwie auf die Nerven hier Durch den Schlitz Das kann mir zwar stehen, aber In your face Ähm, 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 ja, äh, Granaten, schenke ich euch Können doch fliegen Ich muss eben loswerden Aha Zack, in den Arm Hohohohoho Ist schon irgendwie krass, wenn denen dein Kopf wegfliegt Wer stört da vorne Ja, komm hier, du mit deinem Schild, ey Zack, weg ist der Kopf Ohne Kopf ist er nicht mehr so aktiv, ne Ohne seinen Kopf Ohne ihre Köpfe sind sie machtlos Ach komm, wer stört da hinten noch Habt ihr ihn jetzt erledigt? Ach, da fliegt er ja Guck mal an So Ist auch tot? Ja Sollte er, ne Gehen wir mal da rein Da, wo ich vorher Auch schon rein wollte, aber nicht reingegangen bin Ach, du Heiliger Ach komm, ihr übertreibt aber auch maßlos Leute, ey Ganz im Ernst, wer hat euch denn in den Zirn geschissen? Zack Flieg, flieg, meine Affen Dreck Ich hab's zu spät gesehen, dass da eine Granate ist Schwupp Granate Hier, Antikravitation, ne Und so Zack Komm, hier Verzieh dich Alter Mann Mann Junge Geh mir nicht auf die Nüsse Komm, gibt's mit der Schrotflinte, ey Zack So wird's gemacht So räumt man auf Oh Mann Wer nervt? Wer will nicht mitspielen? Ah, gut Ne und ja Ach, da hinten ist es Ja Ach komm, wir fliegen Ach, springen da Da springen wir rüber Das ist doch kein Problem Ähm Ha Gucken wir mal, was sonst noch läuft hier Ist hier irgendwas? Ist hier was? Nö Da ist nix Hä, kommt's an der Nase kratzen So Ah, hier Blumendöpfle Ach ja, von hier kommen wir Hier waren wir schon Nun Ja Wir müssen einen anderen Weg Darüber finden Äh, haben wir nicht Irgendwas wie Jetpacks Hallo, guck mal Wir sind hier voll Zukunftsmäßig und so Äh, können wir nicht einfach hier runter? Ja, guck Siehste Da ist n' Leider Ach komm Ja, okay Nach der Zeit in der Rüstung Würde, glaub ich Jeder Schnaufen Ich mein das Ich glaub die Rüstung ist jetzt Auch nicht grad leicht Schwups Schwups Ach ne, da kann ich nicht runter Ähm Vielleicht Ah, da ist ne Leiter Gut Zack Schwup So Bin wieder da Bin wieder an der Kiste So Mach mal auf, ne So, und dann reinschießen Wenn es offen ist, ne Ach, war ja klar War ja Klar Könnt ihr eigentlich 5 Minuten in Ruhe lassen? Nur 5 Minuten Ist das zu viel verlangt? Ach Leute Ihr geht mir langsam so dermaßen auf den Zeiger Esch, Gott, Gott Schatz, aber Nee, nee Weg Kusch, aus Pfui Das macht der Stütze hier ab, oder was? Ähm Junge, das dem Und Stase Warp Der soll jetzt hier mal Geworpt werden So ne Runde Und tun es mal das hier, ne Kommt her, ihr dummen Sackgesichter Was der klettert Was du kletterst Darauf, um dir eine bessere Position Zu verschaffen Ich glaub, es hackt Was denken die sich eigentlich hier? Oh Ah, Granate Ah, ich glaub, die haben's Ah, der ist ja schon tot Ja, nix Verdammt hier In your face Ah, wo lauft Wo läuft der denn hin, bitteschön Wo ist denn da noch was? Ach, guck mal, da hinten Nee, Kinos Kinos, Kinos Könnt euch mal in die Regeln halten Und bei der Gruppe bleiben Ich ruf gleich eure Eltern an Ach, stirb doch, du Ja, endlich So, packen wir mal Unser, ja, unser Aufräumgerät Hier Ja, wir haben noch eine Grube Gret, der schießt sich mit der Pumpgun So, wo seid ihr? Hä? Ich hab hier doch Leute gesehen Wir sind hier doch Rumgelaufen Zack Hä? Ach, ihr wollt mich doch verarschen Hier Ausschlecken Schau ab Und von wo werde ich überhaupt beschossen? Kann mir das mal jemand sagen? Fänd ich sehr nett Ach, komm jetzt So, ich Ey, wenn's jetzt Daran scheitert Dass die hier Nicht die blöde Leide runterklettern kann Ja, runter Ich will ja runter Ja, endlich Ey, du Hund Weg Von hinten Ich panische mich Komm her Komm her Versteck dich nicht so pussyhaft Er legt's ja drauf an Jetzt komm ich rein Hier Bam In die Nüsse Wer versteckt sich da? Wer versteckt sich pussyhaft? Ja, wer versteckt sich pussyhaft? Du versteck dich pussyhaft Zack In your face Bitch Sieht aus, als hätten wir kurz Zeit, um Luft zu holen Falls jemand neue Magazine braucht oder auf die Toilette muss Jetzt wäre der Moment dafür Äh, beides Äh Wo ist denn das Toilettenmenü? Wir haben's fast geschafft! Wo ist denn das Toilettenmenü hier? Ähm Ne, Toilette, da hab ich jetzt nicht hier Ähm Ja, welches Im Nachbargebäude, ja Ach Meint er das hier? Hier ist zumindest ein bisschen Munition Oh, ach, du Kacke, Leute Oh, ach, Drecks Kerl, ey Nein, nein, oh Okay Also Erstmal hier singularisieren Das ist zwar voll das falsche Wort Aber das ist mir Wayne Und dann hier umschalten, ne Moment Kann ich nicht? Doch, ich kann Guckst du Bam Oh, meine Herren Hört doch auf mich so zu nerven Könnt ihr euch mich einfach umbringen lassen? Äh Lass mich in Ruhe Uh, ja So, erstmal umgucken Wo sind denn noch Feinde? Also das sind wir Da steht jemand und Da fliegt ein durch die Luft Da ist ein Mech Und mehr sehe ich nicht Ach So, erstmal gucken Wohin Am besten Da nach hinten irgendwo Erstmal gucken Sehen wir den Mech wieder Nö Ich will den Mech wieder sehen Ähm Ist nur das hier Und Warb, ne Ich brauche erstmal Ey Ich brauche wieder eine gescheite Maus Ich kann hier ja gar nichts machen mit dem Ding Okay, jetzt ziehe ich Jetzt mache ich erstmal so, dass ich gescheit wieder runterziehen kann Irgendeine Rückstoß in die Zone Ja Oh Hey Oh Das kann doch nicht so ernst, Leute Das ist doch nur ein Spiel Waffe wechseln Ach, guck mal, der Mech Ja, guck mal, der ist kaputt Ja, super Super Ja, hier Zang, aber Aber wo haben wir Lamm Nö Put, put Warte Du darfst da nicht ran Wo ist noch jemand Wo Ist schon cool, dass ich nicht wegfliege Bei dem Ding Ich höre noch jemanden Ah Oh, oh Da sind aber noch ganz schön viele hier Ah, hi Zack, tack, tack Ja, nee Sanitäter ist Ist nicht So, dann Ja, okay Da kommen wir wieder drauf Sechs Und wir haben wieder genug Munition So, jetzt Zielen Und Pam 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 Sagte ich Ach, wie Oh Gareth Meine Güte Läuft mir doch nicht vor die Flinte Geschafft Sie können die Lebenskapsel jetzt öffnen Ja, gut Und raus So, dann lassen wir den Kasper mal ausm Ausm Aus der Tonne Lassen wir die Katze ausm Sack Holen wir mal ausm Grab Und Gucken wir mal Was los ist Ich habe ganz schön verstaubt Göttin Er braucht vielleicht ein